hey leute und willkommen zu einer neuen folge bloodrails 2 wir betreten den server auf dem server befindet sich kenziger kenz er ist alleine und hat schon ein team ausradiert und da ich eigentlich lol ich sehe den chat ach so stimmt nein 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 alter ich habe ultra angst dass er mich ich habe angst dass er mich jetzt neigt also ich glaube er kann meine kordis muss erstmal raus sieben dias oh bin ich falsch also ich werde mir erst mal der spitz acker nein leck ach du scheiße ach du kacke war das gerade schlimm okay haben wir die ja spitz oh gott leute ich muss mich auch ja er wurde gekickt nice zum glück euch alter kein bock gegen den zu kämpfen man das eisen schwarz pulver brauche ich ja nicht das eisen mal eigentlich habe ich genug eisen aber weiß ich ja nie ne habe ich schon die helligkeit umgestellt ja erstmal die hier abbauen ich brauche nie da und zuckerrohr ach du kacke ich bin ja richtig alter schild ich muss an die oberfläche ich würde auch sagen dass wir uns inzwischen mal der schwert machen ich bin dafür zwischendurch sonst habe ich kein schwert nein ja 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 ich habe aber trotzdem das ist ja niemand auf dem server oder nein alter als ob ok ähm das ist ja mal bis hin ne ach so kinde ja das soll ich nicht sagen ja jetzt ist der bomb wir haben jetzt schon seit zehn vollem kohle für fackelen um unsere Seele auszuleufen hallo 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 ich mach dich alter ich mach dich klappklapp und dann bist du dort das dürfte eigentlich auch reichen mehr brauche ich nicht ich höre immer diese schritte das erschreckt mich nein aber ich bin trotzdem paranoid warum sollte ich das mitnehmen ich habe einen armboss und 22 eisen und 54 oh gott ich muss das sound mal ich muss an die oberfläche unbedingt essen farm sowie auch kür also leder und essen und zuckerrohr ich bin ich bin so ich habe mich immer gewundert hä wozu braucht man in der hölle zuckerrohr ja richtig provokant hier bin ich doppel vom p ja schon so lange und hier vor fünf minuten das heißt ich habe noch 15 das heißt halb mache ich los nein nein ich muss offiziell 20 minuten ich darf nicht ich darf nicht länger sonst krieg ich einen strike das überziehen ich werde meine kordis heute auch nicht aufmachen weil ich halt angst habe dass mich crafting oh ich höre schon scharfe das heißt essen ja so ein morpher oder was wie bei endergames wozu brauche ich wolle ja immer mit dem bett wahrscheinlich oh leck yo ratz brr 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 Alter! Super! Prats! Prats! Ach du Scheiße! Too easy! Mäh! Prats! Prats! Was kann man denn wegwerfen? Lapis braucht man. Aber nicht drei. Komm her! Prats! Prats! Digga! Bitte! Ich muss mich um wichtige Sachen kümmern. Kurz mal... Digga! Mann, lass es! Essen, Alter! Du fliegst vielleicht auf meinem Haus raus. Aus meinem? Wo du denn Schlüssel? Wollen wir darüber reden? Welcher Schlüssel? Ja, welcher Schlüssel! Erstmal voll essen. Richtig voll und richtig fest. Mach mich voll! Okay. Ja, ich werde das nicht sagen, dann so... Oh! Scheiße, bitte! Das räumen wir so. Ja. Ja. Ach. Ah! Psst! Psst! Weiter! Hier, erstmal noch. Ah! Ah! Gift! Er lebt! Leute! Ich brauche Zuckerrohr. Wenn ich irgendwo was finde, ne? Ich hab mich da irgendwo mal runtergegraben, ne? Ich weiß vielleicht am Anfang. Ja, richtig Pussy eigentlich, aber... Da ist ein See. Aber kein großer, schätze ich. Da. Bitte. Bitte. Ja, hundertprozentig. Aber ich... Ich weiß es nicht, aber ich schätze schon. Ich hab 21 Level. Ja. Wahrscheinlich, als ob der Baum in Real Life so groß ist. In Real Life? War das grad ein Teaser für das neue Minecraft? 2.0? Nicht mal 1.9, sondern 2.0 instant. Oh jo. Und ich hoffe, ich werde jetzt auch nicht gesniped. Großartig. Ich nehm jetzt so um 14.21 auf. Achtest du nebenbei auf die Zeit? Ja. Wann haben wir angefangen? Weiß nicht. Etwa. Auf jeden Fall 30. Ne, 30 machen wir dann einfach Schluss, ey. Yo! See the chicken. Pucka! 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 Ja, dann... Aber, ja! Es ist so gut, dass ich Chicken finde, wegen den Federn für Pfeile. Oh ja, aber bekommst du nicht auch schon so, dass die Federn noch nicht einfach... Ich habe mich eben gerade aufgesammelt. Also die Position, dass du aufsammelt? Ja. Da. Ja, okay. Hä, ist ja richtig nice. Warum sind hier, äh, hier Hühnchen? Und diese Insel? Die verwirrt mich auch. Mach dir dann aber erstmal Pfeile. Mh. Definitiv, Alter. Wenn ich einen Bogen habe, dann wird geraced. Ha! Raced. Kenntest du nicht raced? Ich weiß nicht, ob ich die Ender-Pelle benutzen sollte, um jetzt da nach hinten zu gehen. Ja! Bist du irgendwie dumm? Ein Minecraft-Expert. Also MC-Expert. Hätte gesagt. Mein junger Pau, da brauche ich uns. Lolo. Yallo, AMK. Ja, ich bin eh gleich da. Okay, die Border ist im Rücken von mir. Ja, weil ich von da kam. Etwa. Mäh. Mäh. Prats. Oh. Au. Kombo. Kombo. Prrrr. Einsam. Das ist genug. Easy. Jump, run. Und... Da kommt mein Opfer. Das ist das nächste. Das ist ein Villager-Dorf. Villager-News. Als ob das noch nicht abgefarmt ist. Ich farm das ab. Ernst? Ja. For real? Oh, das bin ich gerade verarmt? Oh. Das glaube ich irgendwie nicht. Das ist ein Textur und was da unten drunter geht. Ja. Gehen die dann auch richtig zum Feld hin und äh sammeln das? Sammeln das? Sammeln das haben es dann in der Hand. Bist du? Dissidig. Nein. Er pflanzt ja gerade nichts nach. Ihr habt das nicht gesehen. Oh mein Gott, guck dir dieses Angebot an, ein Emerald, zwei Pfeile, das mache ich, 38 Pfeile, nice, okay, Dagger, jetzt kannst du auch weggehen. Amina, oder, Leute, ich habe einen Plan, ne, schade, ich dachte hier wäre noch ein Buch oder so, schade, sonst hätte ich natürlich die Bücher genommen, hier auch, jo. Da oben war ja der Villager mit den Pfeilen, oder wo war der, der sich verpießt? Da, ist es der? Okay, alles klar. Okay, such dir mal. Ciao! Neemesis, der Gliedfüße. Kohle. Bisschen unnötig, aber man kann ja profitieren. Wo ist der? Für den Villager mit den Pfeilen. Der ist geil. Warte, hier sind noch Schafe. So, Amina. Wozu habe ich die Wolle? Werfe ich jetzt erstmal weg? Weil ich denke mir nur so. Brauche ich nicht. Warte, was ist, bist du hier? Bist du hier Villager? Nein, lauf nicht weg! Bist du nicht. Du. Auch nicht. Äh, wo ist der? Ist der in einem Haus? Hier. 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 ... Sollte ich jetzt eher den Boden kaufen? Ich guck den Boden. Okay. Ich brauche immer noch Leder. Un' Zuckerrohr. Und es wird auch gleich Nacht. Also es ist nicht so gut. Da sind Spinnenwehen, das war gerade ein bisschen unnötig, weil hier gerade Spinnen sind. Bratz. Aber ich denke, man findet die... LOL. Kripper. LOL. Easy Combo. Nehme ich mit. Sollen wir mal weggehen, die Nerven. Zack. Ich brauche Leder. Ich komme da irgendwie nicht dran vorbei. Ich brauche Leder und Zuckerrohr. Oder halt ein Buch. Da ist Zuckerrohr. Das gehört mir. Nice. Die Wolle weg. Nein, 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 nein. Oh, eins, boom. Bratz, Bratz. Brauche ich nur noch? Ah, da sind noch ein paar Chicken. Bop, bop. Da gibt es noch ein Dorf. Anscheinend. Eine Kuh wäre halt noch cool. Als ob wir alles einfach... Als ob ich das überlebt habe. Ach du Scheiße. Loll, das ist ein Villager. Harte. Dornen. Aber ich... Nein. Wenn nicht hin. Hey. Und Leder. Kannst du... Alter. Wenn das da oben ist. Na ja, ich müsste die... Ich bende auch gleich die Folge. Ich gucke hier nochmal kurz nach einer Kuh und dann logge ich mich auch dann instant aus. Kuh. Move. Bratz. Dorten sind noch ein paar Creeper. Ich denke, ich nehme echt mal das Weed mit. Einfach durchraschen. Alter. Habe ich mich gerade erschrocken. Ich habe noch ein paar Schafe getötet. Ich glaube, ich bin hier auf keine Kuh. Alter. Naja, es bringt eh nicht so viel. Nicht sonderlich. Dann setze ich bleib in Öfen hin. Ich habe gar keine Kuhle mehr. Ist mir gerade aufgefallen. Dann mache ich mir kurz welche. So. Was kann... Ja, das ganze Essen würde ich erstmal sagen. Aber die Kuhle ist wirklich wichtig. Damit hier auch wieder meine Ressourcen brennen kann. Dann brauche ich mir ein. Und hier baue ich dann mal mein Brot. Zuckerrohr zu Papier. Und... Ja. Essen. Darum muss ich mich noch kümmern. Und... Ja. Dann... Logge ich mich auch aus. Bis heute hätte ich gern Danke. Dann mache ich hier noch das Gold rein. Somit mache ich hiermit auch noch ein paar Pfeile. Ich weiß, Leute, ich überziehe. Und... So. Noch ein paar Pfeile gecraftet. Essen. Gold. Noch mal eine Kohl rein. Hier auch. Und dann disconnecte ich. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einfach eine kleine Bewertung da. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ciao. big, was. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.